Was ist denn heute noch los? Was ist denn heute noch geschehen? Weil es sind so überfüllt, wie 38 KW. Der Schaffner, den ich frag, der schwitzt von der Nacht noch und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Hei, komm, dann dring' mir noch Ruhe, noch noch mehr, denn gut, dann sauf'n, dann stelle ich Gott so gern. Hör'n, dann nicht lang, dann sing'n, dann zu, leide beim Bein, dann krein' nur mit Knur. Hinten, dann steht der Traum und Gott, sieh'n wird da anstreng'n, denn heut' im Ort. Der Petrus im Himmel schaut runter auf ihn, wär'n allein, wär'n auf rein, auch nicht bis drin. Der Petrus hat verschmitzt, wie er beim Herberg sitzt. Die Engel möchten gern auf Urlaub gehen noch gern. Der Herberg zieht das ein und sagt auch nicht nein und unterschreibt für den Engel einen Urlaubsschein. Hei, komm, dann dring' mir noch Ruhe, noch noch mehr, denn gut, dann sauf'n, und klär'n, schock'n gern. Hör'n, dann schrammeln, und sing'n, dann zu, leide beim Bein, dann klär'n nur mit Knur. Hinten und braun, steht der Tabor und Gott, die Lötter anstrengen, wär'n heut' im Ort. Der Petrus im Himmel schaut runter auf ihn, wär'n allein, wär'n auf rein, auch nicht bis drin. Die Gingelmay da! Im teuren Baum steht Gott da nur am Gott, wie wird der Anströmende heute noch? Der Klee ist los im Himmel, schaut runter auf ihn, der nur leid, der nur frei, er liegt im Wind.